Herzlich Willkommen! Ich bin im Nürnberger Stadtteil Zahrzabelshof und zeige Ihnen eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon. Im fußläufig schnell erreichbaren Zentrum finden Sie sämtliche Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Die Wohnanlage liegt in einem ruhigen Viertel, umgeben von vielen Grünanlagen. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock eines sehr gepflegten Mehrfamilienhauses. Ein Aufzug ist vorhanden. Vom Flur aus kommt man ins große sonnige Wohnzimmer. Die Wohnung wurde renoviert und hat neue weiße Kunststoff-Isolierglas-Fenster und einen Laminatboden. Beheizt wird sie über Fernwärme. Das Schlafzimmer hat einen Zugang zum Balkon. Das Bad ist mit Badewanne, Waschbecken, Toilette und Waschmaschine in Anschluss ausgestattet. Zur Wohnung gehört ein eigenes Kellerabteil. Der Gemeinschaft steht ein Fahrrad und ein Trockenraum zur Verfügung. Erholung finden Sie im nahegelegenen Lorenzer Reichswald. Dieser lädt vor allem zum Radfahren und Wandern ein. Herzlichen Dank für Ihr Interesse! Gute. Gute. Bis zum nächsten Mal.